Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal CryptoKero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Video. Leute, jetzt gerade in unserem 1-Stunden-Chart passiert etwas Spannendes, worüber ich mit euch definitiv in diesem Video sprechen möchte. Hier an dieser Stelle haben wir jetzt gerade ein spannendes Ereignis, was definitiv signifikant für die Preisveränderung, für die Preisentwicklung von Bitcoin sein wird. Was unsere nächsten Preisziele sind, ob wir weiter mit dem Preis runterrutschen werden oder ob wir weit genug runterrutschen und jetzt wieder nach oben hingehen können. All das in diesem Video. Also bleibt definitiv bis zum Ende des Videos dran und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Das Ganze dauert eventuell 3 Sekunden. Dafür könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates immer als erstes erfahrt und niemals einen Trade oder eine wichtige Information verpasst. Vielen Dank Leute und wir starten direkt mit unserem Bitcoin-1-Stunden-Chart. Wie ich ja jetzt gerade schon in der Einleitung gesagt hatte, hier in diesem Moment passiert an dieser Stelle etwas Spannendes. Womit hat das zu tun? Das möchte ich gerne besprechen. Und zwar haben wir hier vor kurzer Zeit ein Triangle gebildet. Solche Triangles sind, wie ihr ja schon wisst, Continuation-Pattern. Das heißt, wenn wir hier in einem Abwärtstrend sind und dann so ein Triangle hier bilden, ist es wahrscheinlicher, dass wir dann nach unten rutschen werden, als dass wir nach oben rutschen werden. Genauso ist es jetzt auch in diesem Fall bei diesem Triangle passiert. Wir sind hier, so wie zu erwarten war, nach unten hin abgerutscht. Da wir, wie gesagt, hier ein Continuation-Pattern hatten und Continuation-Pattern meistens mit dem Trend mitgehen. Und somit sind wir hier nach unten hin runtergerutscht. Was ist jetzt unser Preisziel gewesen? Haben wir unser Preisziel von unserem Triangle denn schon erreicht? Oder haben wir noch Luft nach unten und werden wir weiter mit dem Preis runterrutschen? Das möchte ich euch an dieser Stelle natürlich auch nochmal zeigen. Wenn wir diesen Balken einmal hier an diese Stelle, wo wir ausgebrochen sind, hinsetzen, können wir so ziemlich genau erkennen, dass wir unser Target, unser bärisches Target von unserem Triangle bereits erreicht haben. Und es sieht sogar mittlerweile so aus, als wenn wir, nachdem wir bei unserem Ziel angekommen sind, jetzt wieder mit dem Preis anziehen. Das können wir hier erkennen an dieser grünen Kerze. Wie könnte man das deuten? Und zwar könnte man das eventuell so deuten, dass wir jetzt, wie gesagt, hier an unserem Preisziel angekommen sind. Dass das sozusagen ein letzter möglicher Shakeout war, was ich euch natürlich nicht versprechen möchte. Aber es ist möglich und dass wir jetzt nach diesem Shakeout endlich wieder mit dem Preis anziehen werden und wieder mit dem Preis nach oben hinrutschen werden. Aber dazu möchte ich euch natürlich noch weitere detaillierte Informationen in diesem Video geben. Jetzt aktuell wäre es wichtig, dass wir hier nicht noch weiter runterrutschen und dass wir weiterhin mit dem Preis anziehen können und eventuell wieder nach oben hingehen können. Zumindest bis auf die Höhe des Triangles. Das wäre ein gutes Signal, nachdem wir jetzt mit dem Preis runterrutschen sind. Hinsichtlich des Ganzen möchte ich natürlich auch nochmal in den Tageschart, in den Bitcoin-Tageschart reingehen. Hier können wir erkennen, dass wir uns aktuell zwischen diesen beiden so wichtigen Linien befinden. Diese beiden Linien sind folgende. Und zwar haben wir oben unsere 20-Tages-EMA und unten unsere 50-Tages-EMA. Ich hatte in meinem letzten Video gesagt, dass es für den Bitcoin-Preis wichtig ist, dass wir oberhalb von dieser 20-Tages-EMA bleiben können. Leider hat das Ganze nicht geklappt und wir können somit erkennen, dass wir unter die 20-Tages-EMA runtergerutscht sind. Meiner Meinung nach hat Bitcoin jetzt eine letzte Chance, um sich erholen zu können. Und zwar, die Chance ist, wenn wir jetzt weiter mit dem Preis runtergehen sollten, dass wir Maximum bis zu dieser roten Linie runterrutschen und nicht weiter. Denn wir können sehen, dass wir auch schon mal vor kurzer Zeit hier runtergerutscht sind und hier bis zu unserer roten Linie angekommen sind, unserer 50-Tages-EMA. Dass wir danach hier ein bisschen verweilt sind und dann wieder gebound sind und mit dem Preis nach oben gegangen sind. Das Preisziel aktuell, das bärische Preisziel wären die 42.000 in etwa, wenn wir hier bis zu unserem 50-Tages-EMA runterrutschen sollten. Was ich nicht erhoffe, einerseits aber, was ich mir auch erhoffe, denn so könnten wir ungefähr dieses gleiche Beispiel hier nochmal erleben und dann mit dem Preis eventuell wie es hier passiert ist, nochmal anziehen und hochgehen. Eventuell könnten die 42.000 Dollar ein sehr guter Einstiegspunkt sein, um einen neuen Long zu setzen. Und deswegen habe ich eine gute News für euch Leute. Wenn ihr traden wollt, könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link hier in meiner Beschreibung benutzen. Aktuell gibt es auf euren Einsatz 200 Dollar komplett kostenlos. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist einmal Geld einzuzahlen. Danach kriegt ihr umgehend die 200 Dollar, mit denen ihr traden könnt und natürlich könnt ihr die Profite, die ihr erzielt, dann wieder abheben. Vielen Dank Leute und ihr klickt dafür einfach hier auf den Link in meiner Videobeschreibung. Danach öffnet sich Bybit. Im Anschluss dessen braucht ihr maximal 20 Sekunden, um euch einen neuen Account zu erstellen und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr die 200 Dollar, mit denen ihr traden könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung Leute. Aber nun zurück zu unserem Tageschart. Wir wollen hier natürlich nochmal auf unseren RSI EMA Indikator eingehen. Davon habe ich in meinen letzten Videos immer wieder gesprochen. Und ich denke, dass dieser Indikator wirklich ein sehr wichtiger Indikator ist, um seine Trades setzen zu können. Hier können wir sehen, dass wir aktuell wieder die weiße Linie, leider die weiße Linie oberhalb haben und die gelbe Linie unterhalb. Ich hatte nämlich gesagt, dass sobald die weiße Linie oben ist und die gelbe Linie unten, dass wir mit einem Preisrückgang rechnen können. Genau so ist es hier auch passiert. Wir haben sehr viele Beispiele auch in der Vergangenheit gehabt. Zum Beispiel hier an dieser Stelle. Die weiße Linie war oben, die gelbe Linie war unten. Und wir können somit erkennen, dass der Preis auch hier nach unten gerutscht ist. Und jetzt aktuell haben wir leider wieder den Fall, dass die weiße Linie oben ist und dass die gelbe Linie unten ist. Aktuell hat unser RSI mittlerweile sogar die 50 erreicht. Eine gute Strategie zum Traden ist es, sobald diese gelbe Linie die weiße durchbricht und dann oberhalb von der weißen Linie ist und die weiße Linie unten ist, einen Long Trade zu setzen. Und jedes Mal, wenn sich die Positionen wechseln, kann man dann entweder einen Short Trade setzen oder einen Long Trade. Man muss natürlich dazu sagen, dass es alleine nicht ausreicht. Aber ich denke, dass dieser Indikator wirklich ein guter Indikator ist, um Preissteigerungen oder Preisrückgänge in etwa abschätzen zu können. Und natürlich wollen wir jetzt wissen, wohin es als nächstes mit dem Bitcoin Preis gehen könnte. Und zwar können wir sehen, dass wir aktuell mit dem Preis so ziemlich genau auf dem 0.5er FIP Level sind. Es ist aktuell sehr wichtig, dass wir auch über diesem Level bleiben können, denn nur so können wir dann aktuell mit einer Preissteigerung erneut rechnen. Wenn wir drunter fallen sollten, sehe ich die 40.000 als unser nächstes bärisches Target. Jetzt aktuell bleibt es abzuwarten, was passieren kann. Wir sollten unbedingt ein Auge drauf werfen, ob wir hier oberhalb der 43.500 mit dem Preis bleiben können oder ob wir eventuell drunter fallen und dann unser nächstes Ziel, die 40.000 Dollar sehen werden. Und damit genug für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns bei meinem nächsten Video morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates niemals verpasst und von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis morgen.